So, heute darf ich Ihnen mal einen neuen Lockvogel vorstellen, den Heusti, mein Hund. So, Heusti, und hopp. So, gut. Der darf heute an den Steuer, ist aber ein englisches Fahrzeug. Mit dem fahre natürlich ich. So, ist er brav. Auf geht's. Auf geht's. Der schaut so wirklich gut aus. So habe ich auch noch nicht gesehen. So, das sieht ja witzig aus. Hast du sowas schon mal gesehen? Nee. Aufgepasst, wer jetzt am Steuer sitzt. Entschuldigung, Entschuldigung. Könnten Sie mir bitte sagen, wo Haus Nummer 1 ist? Ja, hier. Wie bitte? Hier. Da steht's doch. Hier. Ich hab zwei Pizzen auszuliefern und kann leider nicht lesen. Ja, ja. Ich fahr da drüben ran. Na, wo du ranfährst, ist ein Milliarde. Das kann doch nicht sein, da fährt ein Kind. Annika, kannst du bitte mal gucken, ob hier Haus Nummer 1 ist? Das ist Nummer 1. Guck mal, es steht ganz groß dran. Meinst du, dass es richtig ist, dass du hier eine Pizza lieferst? Na, das halte ich doch für ein Gerücht. Hat die jemand Pizzen bestellt? Nee, da musst du dann hier reingehen. Muss mal reingehen. Ja, an sich durfte sie ja an sich nicht fahren. Nee, muss hier falsch sein. Muss falsch sein? Du Darius, jetzt möchte ich mal fahren. Pass aber gut auf. Hier, die Pizzen. Das ist ein Kind. Kann doch nicht wahr sein. Das ist ein Kind. Jetzt fährt die Auto, oder was? Jetzt fährt die Auto. Jetzt schlenkert die die Pizza nach. Guck mal da hinten. Na, da hinten ist die große Struhe da hinten. Jetzt fährt die Auto. Wie hat das an was? Das ist halt. Kann man bald nicht zulassen, was? Das ist ja ein Ding. Wissen Sie, wo das Gaspedal ist? Wir müssen anschauen. Das ist ja gar nicht da drin. Ja, da ist doch das. Was macht die denn? Die probiert es doch. Die kriegt die Kupplung nicht richtig runter. Die kriegt die Kupplung nicht richtig runter. Die Füße reichen nicht runter. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich bin Spaß, ich bin Spaß. Aber die kleine Karte, die darf ja nie an Steuern mit. Nee, schreiben Sie mal die Nummer auf. Dinger kann man erleben. Dinger, Dinger, Dinger. Sie waren auch noch keine 10 Jahre alt. Das war ein Schnupsel. Vor allen Dingen, der kleine Mädel, was jetzt am Steuersitz ist, die darf auf keinen Fall fahren. Also das ist auf jeden Fall, das gibt es nicht. Boah, der andere kam mir auch nicht gerade. Nee. Ich bin wesentlich älter. Nee, nee. Da hinten war ich. Nee, die da vorne haben die Pizza auch nicht bestellt. Wer hat denn die Pizza nun bestellt? Du zeig doch mal den Führerschein, bitte. Du darfst doch hier an die Autofahren. Also wir gehen da mal hin. Wir gehen mal da hin. Aber los hier, was ist los? Das klären wir jetzt mal. Hast du überhaupt Führerschein? Wozu brauche ich einen Führerschein? Mein Papi hat auch keinen mehr. Ach, brauchst du nicht? Gut. Und die Pizza, wo soll die hin? Na, das wissen wir ja nicht. Aber ich weiß, wo die Pizza hin muss. Nee, ich weiß es auch nicht. Weißt du, wo sie hin muss? Ja. Dann sag's mal. Zu verstehen sie Spaß. Ach, so ist das. Ach, du dicke Suzie. Herzlich willkommen. Ah, ha, 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 ha.